Heute in der Folge machen wir wieder einen Abstecher in die Minecraft-Chemie-Edition. Vergess aber nicht, bevor wir jetzt anfangen, in den Grundeinstellungen von deiner Welt diese Edition auch anzumachen, weil wenn du sie nicht anmachst, bekommst du diese Items nicht. Wir wollen uns heute drei Sachen angucken. Zum einen Rohöl, Kleber und die gute alte Seife in Minecraft. Wie wir die natürlich jetzt craften, zeige ich dir. Zuerst wollen wir einmal unser Rohöl erzeugen. Dafür gehen wir an den Verbindungserzeuger ran und brauchen 9 mal den Kohlenstoff und 20 mal Wasserstoff. Dadurch erhalten wir nun unser Rohöl. Müsst du ein bisschen Rohöl haben? Als nächstes wollen wir den Kleber machen. Wir gehen wieder an den Verbindungserzeuger ran und brauchen 5 mal Kohlenstoff, 5 mal Wasserstoff, 1 mal Stickstoff und 2 mal Sauerstoff. Dadurch erhältst du nun den Kleber. Wir haben halt nun ein neues Item in Minecraft, aber auch dieses hat leider keine Funktion in dieser Edition. Als nächstes wollen wir Seife und craften. Dafür brauchen wir 18 mal Kohlenstoff, 35 mal Wasserstoff, 1 mal Natrium und 2 mal Sauerstoff. Falls einer sich in Minecraft mal waschen will, hat er nun die Seife dabei. Drei tolle Items, die man sich in der Chemiedition wieder craften kann, nur leid leider ohne Funktion. Vielleicht kommt es noch irgendwann hinzu, vielleicht kommen auch noch weitere Sachen hinzu. Wir müssen abwarten und uns einfach überraschen lassen. Aber ansonsten viel Spaß damit, zeig es deinen Freunden und vielleicht klebst du sie irgendwo fest. Oder du gehst einfach mal mit ein Stück Seife hin und wäschst sie mal. Ja, aber ansonsten war es das wieder für heute. Ich bedanke mich immer für's Zusehen. Vergiss nicht den Kanal zu abonnieren, zu liken und dann sehen wir oder hören uns wieder zur nächsten Folge wieder. Also haut's rein und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.